Was bist du? Eine starke Frau. Was? Ich hör das nicht. Ich bin eine starke Frau. Noch lauter. Ich bin eine starke Frau. Das bist du. Danke, Chrissi. Sehr, sehr gerne. Weißt du, was du eines Tages wirst, wenn du das willst? Eine ganz wunderbare, ne? Danke. Du rettest mir gerade mein Leben, Chrissi, wirklich. Ich hätte nicht mehr lang durchgehalten, wirklich nicht. Ich hätte nicht mehr lang durchgehalten, wirklich nicht. Dein Vertrauen, er hat mich.